Ja, willkommen hier zurück in Italien beim Formel 1 Rennen, mit dabei natürlich wieder, der Fanggeber. Grüß Gott im Autodrom Nationale Monza. Auf gut Deutsch grüß dich, Lern. Ja, es geht wieder um die Pro Position. Wir wollen die Supersoft natürlich fahren. Ich probier's das mal umgekehrt, fahr mal Soft und dann Supersoft. Schade, dass man nicht Medium fahren kann bei deinem Qualifying. Warum Medium? Weil, dass man länger draußen bleiben kann. Es ist übrigens schon, es regnet. Regnet's wieder? Mhm. Geh scheißen. Oh, dann gleich mal abkürzen. Bist du deppert. Na gut. Aber das war ich auch. Was machst du auch? Na. Na, Supersoft. Warum fahren so viele raus jetzt? Was soll das? Ah, das sehe ich an der Kurve, wenn du nur wieder abkürzen kannst. Das ist eine kurze Strecke, das kann ich mich erinnern. Na gut. Das ist eine kurze Strecke. Na gut. Das ist das schon. fünf plätze nach hinten gereiht läuft ja warum hast du wirklich immer so vollgas gleich in der aufwärmrunde ich wollte den überholen dass du mich nicht in der in der aber trotzdem ja aber trotzdem auch so wie eben wie in belgien bisher ausschieben was vom regen gleich vorgangs geben was in der anführungsrunde bei mal bei mal bei mal oder der vater so gemütlich langsam daher heute weiß nicht bei der wärunde ist für ein arsch wieder und das mein eigener teamkollege kolleges haben sie auf punkten sind sie ja ungültige rundenzeit singt torso legt vor wettel legt nach 131 doch ein bisschen länger als ich geschätzt hat frosberg so von mir der reno der fahrt schön zur box so erste zeitzählung bieten jetzt machen wir doch das super soft wenn sie regnet noch hat man keine offizielle rundenzeit zusammen aber das wird schon werden ich würde man jetzt hoffentlich bald in kürze gefällt mir aber die strecke sehr sehr so session info wo sieht man so super das war die schnellste runde so so na gut wir fahren jetzt wieder raus auf die strecke nur einstellungen angeschaut aber das lassen wir lieber mal veranstaltungen so bremseinstellungen und so weiter das hat verfeinert habe ich jetzt eine trophäe erhalten obwohl ich nichts verfeinert habe so so na gut so 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 nach heimrennen so viele sind nicht auf der strecke derzeit 9 um genau das reicht sich nicht er schlägt sich nicht weiter so ja drei sekunden ist man vom zweiten das ja wahnsinn eigentlich schon sehr gut gefahren hier wow und sektor besser jetzt übergeben an den fanggeber gut erzählt ja nicht nur die sektor bestzeit sondern das was am ende rausschaut aber leider pole position hat man zwar herausgefahren aber was nutzt das wenn man plätze nach hinten gereiht wird naja von nimmer aus ich habe kaum ist die 30 hunden mit dem kanal nehmen ok dann beendet man die station na gut ja poli dann na wer ist reno reno aber leider rückversetzung um fünf plätze das heißt man wird hier nach rei können starten der der beste der ferraris ist auf deren heimstrecke ja na gut dann sehen wir uns beim nächsten mal bis dann haut rein macht es gut ciao papa papa